advent advent ein lichtlein brennt erst 1 dann 2 den rest müssen wir leider abwarten weil wir haben heute erst den zweiten advent hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV simulation ich bin's der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen news ausgabe ja ein kleines gedichtchen kann immer mal was gutes tun ich habe nämlich in der letzten part vergessen in der letzten news euch den frohen ersten advent zu wünschen deswegen haben wir jetzt einfach mal beide mit reingehangen und mal gucken vielleicht schaffen wir es ja noch zum nächsten advent und übernächsten advent das gedicht vollständig aufzusagen es gibt neues von disseldorf wir haben wieder einiges von thema studios und es gibt noch etwas kostenloses das alles und mehr jetzt gleich ja nach dem intro trailer video und damit war wieder neues von düsseldorf ihr habt in den letzten part so oft drunter gefragt was ist eigentlich mit dem c2 ändern und was ist eigentlich mit düsseldorf und jetzt hat sich ja düsseldorf mal zu wort gemeldet und schrieb folgendes auf facebook wie ihr sicherlich gemerkt habt ist düsseldorf noch nicht fertiggestellt wir arbeiten nach wie vor an dem bus sowie an vielen details dass wir wie bei wuppertal rundum eine detailreiche landschaft haben die entscheidung ist und sicherlich nicht einfach gefallen aber wir möchten euch lieber ein rundum tolles projekt mit vielen kleinigkeiten präsentieren als ein projekt wo gehen eine leere ist das bedeutet eigentlich so viel dass ja düsseldorf eigentlich jetzt auf 2020 verschoben wurde dass es wohl dieses jahr nichts mehr wird weil so wie sich das anhört der bus ist scheinbar noch nicht fertig die karte ist scheinbar noch nicht so 100 prozent fertig und um das ganze natürlich rund zu machen wird das wohl noch einige zeit dauern und ob sie das noch im dezember schaffen ist glaube mehr als fraglich von daher gehe ich mal stark davon aus dass wie gesagt wir 2020 mit düsseldorf rechnen können es gibt neues vom fernbus simulator auch hier ist jetzt am 5 dezember der scania touring erschienen dieses dlc paket erweitert den fuhrpark um den scania touring in allen drei versionen 121 129 und 137 der scania touring bietet sowohl dir als fahrer als auch deine passagieren eine angenehme fahrt wohin diese dich auch immer um die welt führen mag egal ob du deine fahrgäste in den urlaub ihres lebens fährst oder ihnen einen erstklassigen ferntransport bieters das ganze kostet 12 euro 95 ist wie gesagt am 5 dezember 2009 erschienen und damit nicht genug dml studios kündigt sofort auch den nächsten dlc an dlc luxemburg ist jetzt wie gesagt offiziell angekündigt der kostenfreie dlc erweitert die spielwert des fernbus simulators um das land luxemburg und dessen hauptstadt das land liegt im herzen mitte europas grenzt an belgien deutschland und frankreich und ist teil der benelux union es mag klein sein aber es ist einer der eckpfeiler der europäischen union seine kultur ist eine einzigartige mischung welche von den nachbarländern frankreich und deutschland beeinflusst ist die landeshauptstadt luxemburg wurde 94 aufgrund der außergewöhnlichen erhaltung der riesigen befestungsanlage und der altstadt zum unesco weltkulturerbe erklärt das ganze findet ihr natürlich schon in der video beschreibung dort könnt ihr euch diesen dlc bereits jetzt auf der wunschliste packen dann gibt's neues von harlycon die kostenlose ki pack für my harlycon user wenn die renntiere streichen oder der schlitten kaputt ist dann muss auch der weihnachtsmann den personennahverkehr nutzen um zu den weihnachtsfeiern zu kommen oder er verdient sich in der zwischenzeit als busfahrer ein zubrot beides können sie nun auf ihre omsi map sehen wenn sie den neuen ki weihnachtsmann von harlycon media nutzen dieses neue omsi download paket steht allen my harlycon usern kostenlos zur verfügung eine kleine anleitung erklärt wie der weihnachtliche gast auf ihre omsi karte kommt das bedeutet halt einfach so viel seid ihr harlycon kunden habt bereits dort schon mal gekauft oder hat euch vielleicht das gespenst runtergeladen von harlycon zu halloween denn könnt ihr jetzt ist santa claus die christmas edition jetzt auch kostenlos runter lande bezeitlich 1 cent wir haben sie bereits jetzt schon getestet und wir werden das in der nächsten woche denn auch bereits schon sehen können wie das ganze aussieht wenn der weihnachtsmann auf der karte wandelt und wir haben natürlich mal wieder was neues von dem train simulator 2020 kiel lübeck erscheint jetzt demnächst sogar schon am 12 dezember das ganze kostet 29 euro 99 und wer das ganze vorbestellt bezahlt nur 26 euro 99 eine der wenigen noch nicht elektrifizierten strecken deutschlands wird bald für den train simulator erhältlich sein was früher über zwei stunden gedauert hat ist mittlerweile in einer stunde möglich die rund 80 kilometer lange fahrt zwischen den städten kiel und lübeck die strecke ist nicht nur aufgrund ihrer fehlenden elektrifizierung bekannt sondern auch durch ihre eingleisigkeit nur an einigen bahnhöfen ist eine zug begegnung möglich klingt auf jeden fall mega interessant und das ist wie gesagt das neue projekt das direkt jetzt hier von duftel kommt ihr seht 10 prozent ist das natürlich wenn ihr das ganze vorbestellen möchte und der 12 dezember ist ja nun nicht mehr allzu weit entfernt und damit bekommen wir auch endlich mal wieder eine neue strecke für den train simulator und wenn man sich das bild so anschaut sieht es doch sehr sehr winterlich und wunderschön aus ja und damit sind wir aber auch schon am ende der news angekommen es ist tatsächlich wir sind kurz vorm ende des jahres es ist nicht mehr viel los ich finde es toll dass sich düsseldorf noch mal zurück gemeldet hat was jetzt allerdings mit dem c2 ändern auf sich hat das ist noch nicht bekannt wir wissen nur dass die betateste ausgewählt worden sind und wir leider nicht eingeladen worden sind und wir jemanden kennen der auch nicht eingeladen worden ist was natürlich sehr schade ist aber ob da jetzt irgendwie dieses jahr noch was kommt einige vermuten dass zum ende des jahres 2019 noch das c2 ändern erscheinen soll aber das sind alles bloß gerüchte das steht noch überhaupt nicht fest und solange sich der entwickler selbst noch nicht zum wort gemeldet hat müssen wir das halt einfach mal als gerüchteintakten auch auf facebook ist dazu halt nichts bekannt also von den c2 erinnern ist aktuell ja erst mal noch funkstille und ja damit wünsche ich euch und euren familien jetzt nach nikolaus natürlich noch einen schönen zweiten advent lasst es ruhig angehen auch wenn es bei uns hier in berlin regnet statt schneit wünsche ich euch natürlich das schönste wetter das beste wetter viel viel schnee und viel beisammenkeit mit der familie einen schönen zweiten advent und jetzt frohes weiterfahren bis zum nächsten Mal